Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Als Kryptoanleger ist es unglaublich wichtig, stets Ruhe und Überblick zu bewahren. Während sich der Markt augenscheinlich in einer gefährlichen Lage befindet, geschehen hinter den Kulissen Dinge, die große Auswirkungen auf Bitcoin und Kryptowährungen haben. Einer der wichtigsten Bestandteile des Kryptomarkts sind die Investitionen von Großanlegern. Damit ihr nicht in die gefährliche Kryptofalle tappt, zeigen wir euch, was Großanleger jetzt tun und wie sich das auf die Preise von Bitcoin und Co. auswirken wird. Auch heute möchten wir dich um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Beantworte dazu folgende Frage. Welches ist aktuell euer Lieblings-Krypto-Projekt? Teilt eure Meinung mit der Community und tauscht euch mit gleichgesinnten Kryptofans aus. Nachdem Bitcoin und der Kryptomarkt für einige Wochen mit Optimismus gefüllt waren, scheinen Anleger und Analysten momentan wieder die Alarmglocken zu läuten. Hierfür verantwortlich ist sicherlich die jüngste Kursentwicklung der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Bitcoin. Ein Blick auf den sogenannten Fear and Greed Index von Bitcoin, welcher anhand mehrerer Kennzahlen versucht, die Stimmung auf dem Markt mit einem einzigen Wort auszudrücken, unterstreicht diese Unruhe sehr gut. Momentan zeigt jener Stimmungsindikator erneut Fear, also Angst an, was jedoch auch ein Zeichen dafür sein kann, dass Anleger grundsätzlich zu vorsichtig agieren und womöglich voreilig auf Kursbewegungen reagieren. Gerade solche Zeiten stellen oftmals tückische Fallen dar, welche häufig zu enormen Stolpersteinen für unerfahrene Anleger werden. In diesem Beitrag zeigen wir euch, wie ihr nicht in diese Falle tappt und mit Kryptowährungen große Gewinne erzielen könnt. Insbesondere hinter den Kulissen schreitet die Kryptoadaption weiterhin rasend schnell voran. Die Nachfrage institutioneller Anleger nimmt weiterhin nicht ab, ganz im Gegenteil. Die Nachfrage von Banken, Firmen und Versicherungen nach Investitionen in Kryptowährungen ist größer denn je. Diese Nachfrage ist enorm positiv für die Zukunft von Bitcoin und von Kryptowährungen im Allgemeinen. Mit den Institutionen kommen neue Milliarden an Zuflüssen in Bitcoin, Ethereum und viele andere Kryptowährungen. Damit der Preis von Bitcoin langfristig enorm steigen kann, braucht es genau diese finanzstarken Investitionen. Auch wenn manche Leute aktuell den gesamten Markt schlecht reden, gibt es also, wie bereits erwähnt, viele Gründe, optimistisch zu sein. Unsere erste Meldung über die nach wie vor gesunde Nachfrage nach Kryptolösungen durch Großanleger kommt von Analytik-Armen der amerikanischen Börse Nasdaq. Die jüngste Nasdaq-Umfrage unter Finanzberatern, dass 72% eher bereit wären, Kundengelder in Kryptowährungen zu investieren, wenn sie Zugang zu einem ETF-Spot-Produkt hätten. Diese Meldung unterstreicht vorherige Beiträge, in denen wir schon öfter über die positiven Auswirkungen einer ETF-Genehmigung durch die SEC gesprochen haben, welche enorme Mengen an Investorengelder auf den Kryptomarkt bringen würde. Allerdings gaben nur 38% der befragten Berater an, dass sie es für wahrscheinlich halten, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein Spot-ETF im Jahr 2022 genehmigen wird. Fast ebenso viele, nämlich 31%, hielten es für unwahrscheinlich, dass die SEC in diesem Jahr ein Kryptospot-ETF-Produkt genehmigen wird. Die Mischung aus Begeisterung und Skepsis in Bezug auf einen Kryptospot-ETF hat Finanzberater jedoch nicht davon abgehalten, andere Wege zu finden, um ihren Portfolios ein Kryptoengagement hinzuzufügen. Die überwiegende Mehrheit der von uns befragten Berater plant entweder eine Umschichtung in Kryptowährungen oder eine Erhöhung ihrer bestehenden Positionen Kryptowährungen, so Jake Rappaport, Leiter der Indexforschung für digitale Vermögenswerte der Nasdaq. Da die Nachfrage weiter ansteigt, werden Berater weiterhin nach einer institutionellen Lösung für die Kryptofrage suchen, die jetzt die Kundengespräche dominiert, fügte der Nasdaq-Mitarbeiter weiters hinzu. Die 500 Berater, die letzten Monat von 8 Acre Perspective im Auftrag der Nasdaq befragt wurden, verwalten insgesamt über 26 Billionen Dollar für ihre Kunden, was die enorme Größe und die Chancen einer stärkeren institutionellen Involvierung unterstreichen sollte. Spannend ist hierbei auch, dass keiner der befragten Anleger plant, seine Kryptopositionen im folgenden Jahr zu verkleinern. Ganz im Gegenteil, die überwiegende Mehrheit, genauer gesagt 86 Prozent, plant hierbei sogar, ihre Kryptoanteile zu erhöhen. Das beliebteste Investmentprodukt dieser Großanleger sind in diesem Zusammenhang insbesondere Kryptofonds, welche ein deutlich besseres Risikoprofil aufweisen, als eine isolierte Investition in lediglich eine einzelne Kryptowährung. Großen Dank an Bit2Me, die das heutige Video ermöglicht haben. Bit2Me ist ein im Jahr 2014 gegründetes Unternehmen, das sich grundsätzlich auf Finanztechnologie spezialisiert und tiefes Wissen im Bereich der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen vorweisen kann. In den letzten Monaten hat sich Bit2Me stark weiterentwickelt und Top-Talente von Cragen und Coinbase abwerben können. Diese haben sich direkt an die Arbeit gemacht und um dem ausgesprochenen Ziel, Kryptowährungen mehr Menschen zugänglich zu machen, das neue Produkt Bit2Me Launchpad angekündigt. Was ist das Bit2Me Launchpad? Mit dem Bit2Me Launchpad profitieren Halter des Bit2Me Tokens von der Möglichkeit, frühzeitig in geprüfte Kryptoprojekte investieren zu können. Nutzer von Bit2Me profitieren dabei von zahlreichen Vorteilen. Sie können vor allen anderen in die vielversprechendsten Produkte investieren. Das Team von Bit2Me prüft jedes Produkt auf Herz und Nieren sowie eine garantierte Listung auf Bit2Me. Alle Projekte, die sie ins Bit2Me Launchpad schaffen, werden auch auf Bit2Me gelistet. Dort können frühe Investoren ihre Token zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn verkaufen. Um an den ICOs auf dem Bit2Me Launchpad teilnehmen zu können, braucht es lediglich einen Bit2Me Account. Bit2Me konnte kürzlich nun eine weitere spannende Partnerschaft schließen, die sich insbesondere für Halter des Bit2Me Tokens als äußerst vielversprechend ergeben. In einem Blogpost verkündete das Unternehmen eine Kooperation mit AWS Activate, einer Startup-Initiative von Amazon. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, Kryptowährungen weitgehend verfügbarer und zugänglicher zu machen. Den Link zu Bit2Me und all seinen Produkten findet ihr wie immer unter diesem Video. Etwas, das in diesem Zusammenhang ebenfalls für eine positive Entwicklung Bitcoins und des Kryptomarkts spricht, sind aktuelle On-Chain-Daten. Der Bitcoin-Markt ist diese Woche nach einem Ausbruch aus der mehrmonatigen Konsolidierungsspanne erneut leicht gesunken. Gründe hierfür sind weitgehende Realisierungen von Gewinnen durch Großanleger. Insbesondere bei den Aktivitätskennzahlen auf der Blockchain, wie Transaktionszahlen und aktive Nutzer, war die Erholung bisher relativ gleichbleibend und deutet nach wie vor darauf hin, dass Bitcoin ein von Langzeithaltern, also Hotlern, dominierter Markt ist, in dem nur wenige neue Investoren strömen. Dennoch hat sich die Rentabilität des Netzwerks verbessert, was ein Zeichen dafür ist, dass seit Januar eine signifikante Re-Akkumulation stattgefunden hat. Die geringe Nachfrage nach Bitcoin-Blocks manifestiert sich in einer niedrigen Transaktionsgebühr, die an die Miner gezahlt wird, was dazu führt, dass die aktuelle BTC-Block-Belohnung so niedrig ist wie nie zuvor. Trotzdem setzt der Wettbewerb innerhalb der Bitcoin-Mining-Industrie neue Allzeithöchststände. Die US-Dollar-Einnahmen der Miner sind seit der letzten Halbierung um 150% gestiegen und die Hashrate liegt nun nur mehr lediglich 20% über dem bisherigen Höchststand von Mai 2021. Ein weiterer Indikator, welcher ebenfalls dafür spricht, dass Anleger ihre Bitcoin-Bestände auf längere Zeit halten werden, sind die sogenannten unrealisierten Gewinne bzw. Verluste. Hierbei können zum Zeitpunkt unserer Recherche etwa 40% der Bitcoin-Halter unrealisierte Gewinne aufweisen und im Umkehrschluss etwa 60% unrealisierter Verluste. Insbesondere von jenen Anlegern, welche aktuell noch mit einem Minus konfrontiert sind, ist in diesem Zusammenhang wenig Verkaufsdruck zu erwarten, was ein positives Zeichen für Bitcoin-Halter ist. Eine weitere Meldung, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, beschäftigt sich nun mit der Nummer 2 des Marktes, Ethereum. Dass Ethereum zunehmend zur beliebtesten Kryptowährung unter institutionellen Investoren wird, sollte für die meisten von euch wohl kein Geheimnis mehr sein. Im letzten Jahr gab es bereits viele Diskussionen über Bitcoin-Reserven und öffentliche Unternehmen, die Bitcoin in ihre Bilanzen aufnehmen und dies planen. Das nach Marktkapitalisierung führende Kryptoprojekt ist jedoch nicht die einzige digitale Währung, die von Finanzinstituten gehalten und zunehmend nachgefragt wird. Ethereum ist hierbei zu einem prominenten Reserve-Asset geworden, wobei eine Reihe von Unternehmen schon jetzt dafür bekannt sind, die zweitgrößte Kryptowährung in ihren Reserven zu halten. Laut neuesten Daten besitzen börsengehandelte Fonds, Länder, öffentliche Unternehmen und private Firmen insgesamt 1.559.047 Bitcoin im Wert von rund 66 Milliarden Dollar. Während Bitcoin schon jetzt von diesen Einrichtungen aufbewahrt wird, wird Ethereum ebenfalls von Fonds und Unternehmen gehalten, die an die Zukunft der zweitgrößten Kryptowährung glauben. So wurde beispielsweise am Donnerstag berichtet, dass der namhafte Fondsmanager Three Errors Capital über 31.300 Ethereum-Token gekauft hatte. Am selben Tag kommentierte der Mitbegründer von Three Errors Capital so zu gegenüber Bloomberg, dass er weiterhin optimistisch gegenüber Kryptoinvestitionen sei. Das Webportal CryptoTreasuries.org zeigt in diesem Zusammenhang Daten zu zwölf verschiedenen Fonds und Unternehmen, die aktuell Ethereum halten. Hierbei kann man erkennen, dass die Unternehmen derzeit 212.875 Ethereum im Wert von fast 700 Millionen Dollar halten, was zeigt, dass Ethereums Einfluss im Bereich institutioneller Investoren stets am Wachsen ist. Der größte Inhaber Ethereum auf dieser Liste ist Galaxy Digital Holdings mit einer Position von etwa 98.892 Ethereum. Das bedeutet, dass Galaxy Digital Holdings etwa 46 Prozent der insgesamt 212.875 Ethereum der zwölf Unternehmen besitzt. In Bezug auf Ethereum scheint der bevorstehende Merch, also die Umstellung vom Proof-of-Work auf den Proof-of-Stake-Konsens-Mechanismus, weiterhin deutlich unterschätzt zu werden. In diesem Zusammenhang ist ein Überholen von Bitcoin durch Ethereum eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit. Während das bevorstehende Update zwar keine direkten Verbesserungen der Transaktionskosten-Thematik bringt, gibt es dennoch einige Neuerungen, die riesige Auswirkungen für Ethereum-Halter und den gesamten Kryptomarkt haben. Neben der Tatsache, dass Ethereums Netzwerk nach dem Update deutlich umweltfreundlicher und energieeffizienter laufen wird, ist das sogenannte Triple Halving einer der größten und wichtigsten Veränderungen des Merch. Wo aktuell etwa 5,4 Millionen Ethereum-Token pro Jahr ausgeschüttet werden, soll dies nach der dreifachen Halbierung der Token-Ausgabe auf lediglich 500.000 Token pro Jahr sinken. Den Regeln von Angebot und Nachfrage folgend, stellt dies einen riesigen Meilenstein für das Projekt dar und könnte im weiteren Verlauf noch für enorme Preisanstiege sorgen. Wie immer sollte man in diesem Zusammenhang wie eigentlich bei jeder medial kommunizierten und angekündigten Neuerung vorsichtig sein. Oftmals können Preisrallys nämlich zeitversetzt stattfinden, also bereits Wochen oder Monate vor der tatsächlichen Durchführung des Updates. Die Nachfrage nach Ethereum und dessen Produkte ist ebenfalls unumstrittend wachsend. Ein Blick auf das offizielle Launchpad des Merch, auf dem Ethereum halte ihre Token im Gegenzug für eine prozentuelle Rendite staken können, zeigt uns, dass bereits über 11,5 Millionen Ethereum-Token im Smart Contract der Proof-of-Stake-Blockchain festgesetzt wurden. Bei einem Preis von etwa 3000 US-Dollar pro Token ist das in etwa 34,5 Milliarden US-Dollar an im Netzwerk gesperrten Ethereum-Token. Das ist unglaublich! Aktuell beträgt die Rendite für Nutzer dieses Investmentprodukts in etwa 4,6 Prozent. Im Angesicht all der positiven Änderungen sowie der Tatsache, dass Ethereum zukünftig zu einer de facto deflationären Währung werden könnte, gilt eigentlich nur zu sagen, dass man momentan wohl kaum genug dieser vielversprechenden Währung halten kann. Abschließend gilt noch zu erwähnen, dass Bloomberg-Spezialisten die soeben angesprochenen Staking-Belohnungen im Rahmen des Merch zukünftig von etwa 5 Prozent auf sage und schreibe 9 Prozent ansteigen sehen. Ein mehr als bullisches Zeichen. Haltet ihr bereits Ethereum? Hinterlasst uns das bitte in den Kommentaren. Etwas, das man als Kryptoinvestor jedoch in Bezug auf Ethereum auf keinen Fall vergessen darf, ist die aktive, lebendige Konkurrenz sowie die große Anzahl an alternativen Netzwerken. Den Vorteil, den viele dieser Projekte in diesem Zusammenhang haben, ist, dass bereits viele grundlegende Erfahrungswerte direkt am Werdegang von Ethereum ersichtlich sind. Während Ethereum also manche Fehler selbst machen musste, können jüngere Projekte nun auf diesen Lektionen aufbauen und sich bereits eine Menge an Arbeit ersparen. Ein Projekt, welches hierbei nach wie vor als einer der Top-Anwärter als Ethereum-Alternative gehandhabt wird, ist Cardano. Auch wenn das Projekt von Charles Hoskinson in diesem Zusammenhang weit unter seinem Allzeithoch handelt, scheint seine Community noch immer unverändert an dessen Fortbestehen und Entwicklung zu glauben. Laut Daten von messari.io ist die Zahl aktiver Adressen auf Cardano weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend, was ein grundsätzlich positives Zeichen für Cardano-Halter darstellt. Eine Veröffentlichung auf Twitter zeigt zusätzlich die fortschreitende Entwicklung des Projekts. Hierbei scheint alleine der dezentrale Finanzsektor, der momentan noch eindeutig von Ethereum dominiert wird, enormes Wachstum zu erfahren. Aufgrund des jungen Alters von Cardano sowie der meisten Projekte innerhalb des Ökosystems gilt es natürlich, die weitere Entwicklung dieser Anwendung genau zu verfolgen, um sich ein besseres Bild machen zu können. Was haltet ihr denn von Cardano? Habt ihr vielleicht sogar ein Lieblingsprojekt innerhalb des Cardano-Ökosystems? Teilt eure Meinung mit der Community. Als letzte brandheiße Neuigkeit dieses Beitrags präsentieren wir euch erfreuliche Nachrichten für alle Halter von XRP. In einer jüngsten Meldung verkündete der Anwalt von Ripple Labs, der Firma hinter dem Crypto-Token XRP, einen riesigen Sieg des Kryptoprojekts gegen die US-Börsenaufsicht SEC. Im Jahr 2020 reichte nämlich die SEC hierbei Klage gegen Ripple und seine beiden Führungskräfte Brad Garlinghouse und Christian Larson wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere ein. Die vorsitzende Richterin Sarah Netburn lehnte den Antrag der SEC nun ab, da die Abschirmung von Dokumenten im Zusammenhang mit einer Rede des damaligen SEC-Direktors William Hinman von Juni 2018 zu überdenken sei. In dieser Rede verkündete Hinman, dass weder Bitcoin noch Ethereum Wertpapiere sind. Die SEC hatte anfänglich keine Einsprüche gegen die Nutzung jener Aussagen erhoben, hat diese Einstellung im Rahmen des Verfahrens jedoch mehrmals geändert. Die verantwortliche Richterin entschied nun, dass die SEC sich nicht willkürlich entscheiden könne, welche Aussagen als persönliche Ansichten zählen sollen und welche offizielle Standpunkte der Behörde seien. Diese Entscheidung stellt einen weiteren Sieg im Rechtsstreit von Ripple Labs mit der SEC dar. Für euch ist diese Neuigkeit insbesondere relevant, da der Ausgang des Verfahrens Wellen innerhalb der gesamten Kryptosphäre schlagen wird und hierbei nicht nur Halter von XRP betrifft. Es bleibt also weiterhin spannend und wir freuen uns euch auch weiterhin auf dem neuesten Stand der Dinge zu halten. Haltet ihr denn eigentlich XRP in eurem Portfolio? Teilt eure Meinung mit der Community. Abschließend gilt also zu sagen, dass trotz teilweise negativer Darstellung der Marktlage, insbesondere von Seiten institutioneller Anleger, nach wie vor ein gesunder Grad an Nachfrage stammt. Im Angesicht des bevorstehenden Ethereum-Merge-Updates ist es höchstwahrscheinlich, dass Ethereum bald eine drastische Preisbewegung erleben wird. Angenommen, Großanleger bekommen hierbei zunehmend Zugang zu offiziell genehmigten Kryptoprodukten, wird dies eine riesige Menge neuer Geldmittel auf den Kryptomarkt bringen. Wie soeben über Cardano und XRP berichtet, kann jedoch auch abseits von Bitcoin und Ethereum eine fortschreitende Adaption verfolgt werden. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Und wie immer halten wir fest. In diesem Beitrag haben wir euch davor gewarnt, in eine Falle des Kryptomarkts hereinzufallen. Obwohl die Lage auf den ersten Blick nicht immer erfreulich zu sein scheint, passiert hinter den Kulissen nach wie vor einiges. Insbesondere die Nachfrage von Großanlegern stellt hierbei einen wichtigen Faktor am Weg zur Mainstream-Adaption von Kryptowährungen dar. Des Weiteren ist am Beispiel von Cardano und XRP eindeutig zu erkennen, dass auch jenseits der Top 3 Kryptowährungen stets eine Entwicklung stattfindet. Abschließend wollen wir uns nochmal für eure Treue bedanken und wünschen euch schon jetzt aus ganzem Herzen ein fröhliches Osterfest. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, schreibt uns gerne einen Kommentar.